Hallo! Frau Flotter! Johnny! Hallo, ihr zwei! Alles klar? Na, wärmehalter Wichser! Was macht ihr denn da? Hey! Ihr baut einen Motor an den Rollstuhl. Na logisch, dann kann der alte Sack alleine abdüsen. Oh, hey, das ist ja eine super Idee. Ja, aber der Motor springt noch nicht an. Kannst du mal hier ziehen? Natürlich kann ich das. Mach mal Platz. Was treibst du denn da, du Idiot? Du hast alles kaputt gemacht. Tut mir leid, das war wirklich nicht meine Abdicht. Toll, fangen wir wieder von vorne an. Hey, Werner, alter Wichser!